Nächster. Eine ruhige Kugel schieben. Und das dazugehörige Stück heißt so, eine ruhige Kugel schieben. Und auf Englisch, a slow roll. Und das ist ein, ich mach ein Medley, also das ist dann alles, was mehr als ein Stück ist. Und in der Mitten kommt eine ziemlich neue Nummer, Instrumentalnummer, die ist ein bisschen stressiger als die Slow Roll. Und die ist speziell für diesen gestressten Prokuristen geschrieben worden. Der war gestern im Publikum, der Prokurist. Und um nicht negativ aufzufallen, habe ich ihm gestern den Manager genannt. Er hat nicht gewusst, dass er war. Also die Schlafwertnummer, dann Déjà-vu und dann wieder Slow Roll. I see life go crazy, oh, too fast. Some prefer that run and purges to go and pass. I like taking it slowly. Ain't no crying. The best things in this life about to take some time. Like fire or whiskey. Real good loving. Take time and patience. So I'm told. I'd love to come home. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.